Ja, dann wieder herzlich willkommen, liebe Leute, zu Resident Evil 4 Remake. Separate Ways. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis jetzt richtig stark das Spiel, richtig stark. Und genau, sind wir da rauf? Könnte man, okay. Schauen wir, was es da gibt. Also, ich bin bis jetzt so begeistert, das ist unglaublich. Es ist so cool gemacht. Ashley oder so? So auf die Art, hm? Deswegen ist Leon hier. Aha. Wegen? Wege? Da kann ich ja nicht, ne? Ja, da müssen wir wieder zurück. Ja, stark. Wow. Ja. Zwischenziel. Ja, dann. Wenn die so dumm sind. Okay. Brille. Oha. Interessant noch. Gut, abgehört. Muss ihn mal einmal, äh, lassen. Oha, was denn doll aus? Oh shit, ich bin eben ein bisschen versteckt. Das ist cool, Mo. Oha. Den wollten die jetzt in die Kirche, oder was? Oder wie? Jetzt nicht checkt, was die da genau wollen. Oha, den hab ich schon gekillt. Muss man sagen. Das sind jetzt nicht neige, oder? Nein. Das ist halt cool, wenn du sag. Ich muss jetzt wieder zurück, oder? Schau. Ja. Dann ist ja gut. Oh, mein Händlerfreund. Wie toll. Das bringt nichts, okay. Dann schauen wir mal, was haben wir da schätze, mäßig. Da krieg ich was einig, und... Hey, Fremde. Was kann ich dir sagen? Fremde. Nicht Fremder. Interessante Outwear-Geschäft. Fremder. Fremder. Und interessante Ware. Na dann, unser erstes Geschäft. Ich bin sicher, es wird... Willkommen, Fremde. Gerne. Einsame, spitze Fremde. Danke. Warte mal. Einsetzen. Was haben wir denn? Ach so. Einer, oder einer? Was ist denn die Brille, bitte? Ach so, Kelle. Sie sieht sofort aus. Willkommen. Warte mal. Okay. Dann darf man mal verkaufen. Genau, der lässt sich hier verkaufen, der auch. Brille auch. So. Schatzkarte, ja gern. Dann. Alle. Dann alle. Gute Entscheidung. Ich weiß, ich sage das oft, aber ich meine es ernst. Jo. Das weiß ich noch nicht. Wie bitte? Wo wir unsere Ware hier haben. Glaub mir, dass wir es nicht ist. Das weiß ich noch nicht. Was nicht da ist, ist nicht da. Ach so, das habe ich schon. Ja. Ja, aber dann will ich mal wissen. Boah. Okay, da will ich nichts übersehen. Woi. Schau. Da ist ein Schatz, schau. Gehen wir schnell. Ja, warte, ich bin eh kein da. Tschü. Ich muss den Schatz kurz holen. Die Gear, wisst ihr? Ah, es ist geil. Nein, ist okay. Die Kerzen haben wir da. Stark. Der wäre cool gehielt. Das ist ein Snake mäßig. Da ist er auch irgendwo mal dumm. Ah, eh. Nein, da war ich nicht, oder? Ja. Hey, was hören wir da? Hören wir da die Ashley? Quasi. Das ist ja voll cool gemacht. Cool. Wisst ihr? Ja, da hören wir jetzt sehr schnell. Ist cool geworden. So, Stranger. Und die Melodie, was dabei läuft, sehr angenehm. Nicht so wild. Hört das ein bisschen? Hört das genau? Ja, da gibt es auch wieder einen Schatz. Da ist der Händler. Also, da ist irgendwo ein Schatz. Ich habe neue Wareauflage. Ah, das ist dann im Haus, ja. Passt schon. Du, da machen wir mal. Ich habe was Neues für dich, wie dir. Keine Ahnung, was ist denn gut? Deine Kohle oder dein Leben? Die Entscheidung sollte dir weich fallen. Die Schrauzer vom Feuer, oder? Gehört dir, Fremde. Okay. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremde? Könntet ihr das Leben retten? Ich halte die... Warte mal. Ah, das ist... Die Augen nach Waren offen, die du gebrauchen könntest. Ah, okay. Da brauche ich aber dann nichts Wort dazu. Willkommen. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren. Gehört dir Fremde. Müssen wir alles zuerst machen, weiter bitte. Hört mir da draußen nicht weg, haha. Ja, passt. Bin ich zufrieden. Willkommen. Aber das Gewehr wär halt schon stark, ne? Ich hab so kein Platz. Du wirst eine Investition. Wo soll das hin? Um deinen Hals. Ja, genau. Ah, warte. Mein Holz wär eine Idee, gell? Ja. Ich geh da draußen nicht. Wohl geht's schon. Sicher? Ja, du sagst das. Ja. Ja. Ich geh mal ein Spray. Das hab ich nicht immer vorrätig, Fremde. Ah, mit Messerscheiß drauf. Gut. Na dann. Was kann ich für dich tun? Was? Ach so, nein. Vergiss. Ich glaub das sind die Hauptdinger, die super sind. Also das ist jetzt genau die Schrot quasi. Langsam verstehen wir deinen Geschmack. Na dann geh und misch sie auf. Hahaha. Alles geil. Alles geil. Alles geil. So. Schnellzugriff. Da man da her. Ach so. Na, aber dann da man da auch her. Also ich hab da nur drei Schuss. Ach du Scheiße. Das ist nicht viel, Leute. Kapitel 2 ist das trotzdem. Okay. Also da will ich dann Mendes oder so schreiben. Im Paar vielleicht. Ja, die TMP-Stütze hätt ich noch machen können, ne? Aber ich hab ja kein Bloods dran, oder? Ah, krieg ich noch einen. Cool. Da gibt's auf jeden Fall was. Also die Schatzkarte ist für mich gar keine Frage. Das ist schon super geil. Für alle, glaub ich. Also für alle, alle, oder? Oha, man kriegt ein bisschen verdächtiges Gefühl, wa? Ja, ich glaub da geht's jetzt richtig rund. Liebe Leute. Wir haben ein paar, drei von heute. Oder? Na, der Verdugo schon wieder. Ja. Ach so, Fake, oder was? Also ist sie schon infiziert. Oh, ich glaube, ich werde mal was nehmen, man. Interessant, dass man gegen den Verdugo da kämpft, quasi. Achso, okay, jetzt gibt es noch einen, come on. Oh mein Gott, der ist stark. Ah, das ist ein Fake schon wieder. Oh mein Gott. Ei, ei, ei. Ich habe keine Ahnung, wo ich da jetzt in der Richtung gehe. Ich komme nochmal. Eieiei, das ist schlecht. Das mache ich gerade sehr schlecht. Das ist gut. 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 Alles schön, der Fake. Der ist der Richtige. Der Nebel, der wird dichter. Irgendwann mir war. Der wird dichter. Ui. Oiga, das ist viel Würstfunke an euch. Oh mein Gott. Das ist nett, oder? Keine Ahnung. Ah, das ist einer. Shit, da war es. Puh! Oh Mann! Ah, das ist ein bisschen. Ah, das ist ein bisschen. Ich bin ja. Ui. Ui, ui, ui. Ui. Was ist noch los? Ja, kann ich die Sachen einsammeln? Ich hoffe. Nein, erst einmal die Sachen. Auf jeden Fall bin ich schön verballert. Aber ich vermute, dass es eh so der Plan war. Zum Spiel her. Es ist cool gemacht. Jetzt alles in Ruhe. Das war mir wichtig. Alles einmal killen. So fürs Erste. Und dann alles einsammeln. Mit Graut wo? Oder? Oder nicht Graut? Habe ich wo Graut gelesen? Nein. Oder eingesammelt? Der Koffer ist auch nicht mehr der größte. Auch mit Kreis kann man sich ducken. Jetzt zufällig draufgekommen gerade. Lul. Das ist auch nichts schade. Ja, aber die Dorfbewohner sind ja quasi in der Kirche. Deswegen. Macht Sinn. So. Da werden wir jetzt alles einmal erkunden. Gibt es einiges zum erkunden, Leute. Das ist natürlich stark. Jetzt ein bisschen ruhiger Part. Noch der Action. Schaut aber gar nicht so eklig aus wie sonst. Also wirklich jetzt. Ne? Da kennen wir schon anderes. Jetzt werde ich dann bald keinen Platz mehr haben im Inventar. Also der Vadugo Kampf war auch heavy. Wirklich. Das Dorf so ruhig erkunden ist schon nice. Leute. Also das ist schon geplant, glaube ich, dass du ein bisschen brauchst und so. noch mal. Also auf Missionary. Ah, Missionary. Also auf Kur. Auf, um. Ah, es wird von der Lein. Mal Eis. Ah, es ist so gut gemacht. Meine Güte, du. Faut mir das echt nicht rein. Der eigene Modus. Egal. Ja, du ein bisschen erkunden. Gehört dazu, gell. Okay. Erhitzt aber. Egal. Ist okay. Da geht's wahrscheinlich weiter, hm? Na, dann. Na. Machen wir das noch nicht. Dann werden wir alles erkunden. Gibt's gar nichts. Oh, Falle. Stark. Ah nein, es ist eine Falle. Ähm. Warte, was gibt's dann noch? Ah, da ist noch was. Ah ja. Dann gehen wir da auch weg. Ah, da scheint was zu sein. Guck mal. Laut dem. Ja. Da ist auf jeden Fall noch was. Guck mal dann nachher schauen. Da war ich. Da war ich, da war ich, da war ich. Genau, da unten hinten. Und da bin ich ja, da bin ich ja hergegangen. Und ich spiele alles ziemlich am Druck gerade. Ist ja auch cool. Kann man da trotzdem? Gibt's da trotzdem was? Ja, sicher gibt's was schon. Ah, da unten. Ob ich gefallen quasi. Ah ja. Alles klar. Hm. So. Okay, da ist dann auch schon angesperrt. Geil. Gibt's keine Schlange. Ein gelbes Kraut. Dürfen wir das noch mal machen? Nein. Na, das machen wir nicht. Da machen wir nicht, gell? Das machen wir nicht. Das machen wir nicht, Leute. Gehen wir da auf hin. Das machst du nicht. Dann machen wir's anders. Ja, ja, das wissen wir eh. Aber dann gehen wir eben auf hin. Da muss ich auch was geben. Schade, da nicht. Aber ist cool, du kannst ein bisschen über die Dächer mit ihr... Ok, da ist auch was. Da kommen wir doch gar nicht hin, oder? Oder wo ich... Also laut meinem Ding hätte ich das jetzt nicht gesehen. In dem Haus vielleicht. Da war ich noch nicht, oder? Ja. Ah, da brauchen wir sicher einen kleinen Schlüssel. Ja. Also er zahlt sich wahrscheinlich aus, der Schlüssel. Ja. Ok, das ist die neue Speise, oder? Und da hinten... Also da komme ich mit dem Schlüssel hin, dann. Aber da hinten? Gibt es da was, oder? Gibt es da eh nicht? Also wie gesagt, ich komme schon weiter. Ich will noch ein bisschen die Kunden anleihen. Ist klar. Genau, das ist dann das. Und da hinten? Gibt es aber nicht. Oder noch nicht? Oder? Nein, ne? Vielleicht später dann? Dass da der Wall noch nicht geht. Das wäre ja möglich. Na. Na gut. Dann würde ich sagen, die nächste Mission... ähm steht schon an und bevor jetzt doch die tür gehe würde ich sagen danke leute wieder fürs zusehen bewerten aber dann kommentare bei interesse ihr wisst bescheid das ist immer cool danke leute